Hey Freunde und viel Spaß bei diesem Video. Bleib unbedingt bis zum Ende dran. Ähm, Lamy, wo sind wir hier bitte gelandet? Und warum kannst du an der Seite laufen? Was geht? Oha, was geht hier bitte ab, Lamy? Ich komm einfach hier unten. Hallo, was geht? Oh, das ist ja mal mega cool. Cool. Ähm, Lamy, wie bist denn du jetzt eigentlich da hinten hingekommen, sag mal? Ähm, ich bin Spider-Man, siehst du? Döp, 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 tschaui. Oha, okay, ich muss sagen, das ist echt mal mega cool, einfach so an den Wänden und so zu laufen. Schau dir das an, ich kann jetzt hier einfach ganz gemütlich im Kreis gehen, so. Oh Gott, oh, 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 oh. Äh, Lamy? Ja? Ähm, ich bin hier hinten. Hä, wo hinten? Ähm, hier, guck mal, einfach so, ja, ah, hier, da, Lamy, hier hinten bin ich. Hä, was für, ach so, da hinten, wie bist du denn da jetzt hingekommen? Ähm, keine Ahnung. Oh, ich glaube, es gibt hier ein paar Bugs, aber das ist einfach mega cool, Lamy. Wieso, ich komme mal zu dir zurück, zack, oh, oh Gott, oh Gott, Alter, ist das cool. Wir schauen jetzt einfach mal, was der kleine Lamy macht, aber so lange, Freunde, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Ähm, ja, aber es ist wirklich cool. Äh, aber das ist doch echt schwer hier, ich komme hier gar nicht durch. Äh, aber sag mal, wie bist denn du gerade hier drüben zu mir gekommen? Ähm, vielleicht mit einer Porcel Gun, äh, man munkelt, man munkelt. Können wir hier etwas Sachen kaufen? Lass uns mal schauen, Freunde. Ähm, Spielpässe. Okay, ja, einmal dieses blaue, äh, ja, dieses Sprung, äh, Sprung, äh, Sprungfeder. Und die rote Sprungfeder. Okay, und was, das war's? Toll, wow, aber woher hast du bitte diese Porcel Gun her? Die habe ich aus dem, äh, Brookhaven Shop. Oh, ah. Ja, verstehe, verstehe. So, aber Lami, ich würde dir sagen, wir haben uns jetzt genug hier in die Obby, äh, ja, reingereingere... Ja, ich würde sagen, jetzt geht's um alles. Wer als erstes gewonnen hat, wir suchen uns einfach noch aus, welche Stage einfach gewonnen hat. Und dann würde ich gewinnen. Ich hole mir das Ding. Hä, wie kommen wir denn hier überhaupt drüber, Mann? Keine... Oh Gott. Oh Gott, hast du mir gerade nicht zugeguckt? Nee, irgendwie nicht. Ja, okay, okay. Ich muss jetzt aber weitergehen, Lami. Hier gibt's um alles oder nichts. Oh Gott, oh Gott. So. Um alles oder nichts. Ja, super. Jetzt bist du auch noch genau hinter mir. So. Haha, du musst aber warten, Lami. Ne, 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 ne. Toll. Das heißt, nein, du bist einfach vor mir. Nein, ich bin auch gestorben. Ja, haha, let's go. Okay, jetzt haben wir beide noch eine Chance. Lami. Ja. Ähm, was machst du? Oha. Nein. Oh mein Gott. Let's go. Und was geht hier ab, Freunde? Muss man etwa den, ja, den richtigen Weg finden? Ey, das ist so schwer. Das ist zwar cool hier, dass man unter dem Boden quasi laufen kann und sich wie Spider-Man bewegen kann, aber das ist echt gar nicht mal so einfach, Emily. Hast du recht. So, Lami. Der Weg ist auf jeden Fall grün, gelb und pink, glaube ich. So war das. Grün und gelb. Let's go. Oh mein Gott. Ähm, bist du etwa auf mich reingefallen? Nein, weißt du. Äh. So, und drüber hier. Alter, ist das cool. Und es geht wirklich so weit noch nach vorne. Ähm, wo muss man hier hin? Tja. An der Seite. Warte mal. Lami, bist du mir nah auf den Fersen? Ja, aber wie? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das kann doch nicht sein, ey. Guck mal, wer hier ist. Ich guck nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ähm. Ja, da da da. Ah. Das ist nicht wahr, oder? Okay, wir gehen wieder auf der anderen Seite lang. Ich glaube, die war um ehrlich zu sein einfacher. Wie haben wir das eben bitte gemacht? So? Oh mein Gott. Warte mal. Lami, hast du es geschafft? Geschafft. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alter. Wie schlecht bin ich bitte, Freunde? So. Zack. Hä? Zack, zack. Uh, okay. Was ist los, Lami? Erzähl mal. Die nächste Stage ist ja komplett komisch. Oh. Oh. Ich hab's geschafft. Let's go. Ja, schau dir das mal an. Das ist unmöglich hier. Man muss doch irgendwie von der Klippe springen oder so. Hä? Ähm. Vielleicht so? Hä? Ähm. Was passiert mit dir? Wir müssen auf jeden Fall jumpen. Oh. Hä? Hä? Ich hab gar nix gemacht. Freunde. Was war das denn jetzt bitte? Ich bin, ich wollte einfach rüber teleportiert. Ich komm jetzt auch, Emily. Warte auf mich. Ja, wir gucken einfach mal Lami zu. Oder sollen wir weitergehen, Freunde? Mal schauen, wie lange Lami jetzt braucht. Äh. Hier bin ich. Toll. Oh, das war wohl nix. Lami. Schade, schade. Marmelade. Aber sag mal, kannst du eigentlich diese coole Obby? Nein, die kenn ich nicht. Und die ist absolut nicht cool. Was? Die bringt mich doch zum Ausrasten hier. Oh Gott. Das sieht hier gar nicht gut aus. Oh. Oh. Hast du es geschafft? Ich hab's endlich geschafft. Er hat's geschafft, Freunde. Ich muss mich jetzt hier wirklich beeilen. So. Oh. Das ist ganz, ganz knifflig. Und. Yay. Ich hab's geschafft. Ich bin schon bei Stage 12, Lami. Nee, warte mal. Bei Stage. Aua. 13. Bei Stage Aua? Aua sagt nur der Bauer, Emily. Oh, Mann. Hä? Was ist das denn für eine Stage? Irgendwie. Ähm. Easy. Was? Was machst du denn hier? Okay, Freunde. Wir ignorieren Lami und müssen uns konzentrieren. So. Das ist echt, echt komisch, die alles gemacht sind. Finde ich. Oh, Mann. So. Und weiter geht's, Freunde. So. Hä? Ähm. Okay. Interessant. Okay. Das ist echt cool, aber auch irgendwie echt komisch, finde ich. Aber naja, Emily. Ich würde einfach mal so sagen, dass wir das Ganze bis zu Stage 50 probieren. Was sagst du? Oha. Das ist... Nein! Ah! Ich bin aufgeschlafen. Nein! Nur wegen dir, Lami. Nur wegen mir? Ist klar. Du hast mich einfach abgelenkt. Ja, ja. Und du hast mich abgelenkt. Äh, was? Oh, okay. Sass. Ja, das war wirklich Sass. Aber du bist tatsächlich wieder gestorben. So, gut für mich. Okay, ist nix, Freunde. So. Oh Mann, warum kann man hier nicht einfach runterspringen? Äh, man kann hier einfach runterspringen. Das war ja wirklich einfach. Okay. Weiter geht's. Was geht denn hier ab, bitte? Ähm. Nein! Oh mein Gott. Oh. Was ist passiert, Lami? Hm. Keine Ahnung. Döner ist auf meinen Kopf gefallen und ich bin runtergefallen oder so. Ach so. Ah! Oh, doch. Nicht gestorben. So. Alter, ich mach das... Hä? Ich mach das jetzt hier ganz easy durch, Lami. Da guckst du blöd aus der Wäsche, stimmt's? Hä? Welche Wäsche? Ähm. Ja. Oh Gott. Das ist so ein Sprichwort. Oh, oh. Oh, was geht hier ab? Ich seh gar nichts, Freunde. Okay, okay. Hier geht nichts ab. Alter, wie weit? Geht's bitte nach vorne? Hä? Wie weit bist... Man kann sogar... Hä? Wie weit bist du schon? Ja, ja. Ähm. Hätte ich hier einen Checkpoint? Oh. Oh. Oh Mist. Okay, wie komm ich hier? So. Ganz easy. Lami, spring doch einfach mal über Kopf. Das ist richtig lustig. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Weißt du was? Ich überhole dich jetzt. Und ich werde gewinnen, aber... Oh Mann, oh. Ich schaffe es einfach nicht. Aha. So. Ich bin jetzt schon bei Stage 19. Und du? Ich bin bei Stage 17. Ich bin gleich auf den Fersen. Okay, ich bin jetzt bei 20. Wow. Okay, bereitet uns doch mal vor darauf, dass es so schnell wird. Oh Mann. Toll. Aber das macht auf jeden Fall Spaß, hier lang zu rennen. So. Ähm. Ja, Emily. Was ist dein Problem? Ich bin runtergefallen. Tja, das ist doch kein Problem für mich. Das ist nur gut für mich. Oh. Ähm. Ähm. Das verbirrt mich jetzt. Toll. Nein. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Das ist gar nicht so einfach, lieber Lami. Ah. So. Oh. Okay. Okay. Vorsichtig. Ich hab's geschafft. Let's go. Und was gibt's hier? Ja. Ah. Bleib stehen, Emily. Ich bin... Oh mein Gott, wie schnell ist das hier? Hä? Die waren dich darauf nicht vor, lieber Lami. So. Weiter geht's. Zack. Ähm. Okay. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Bin ich irgendwie... Hallo? Wie? Rückwärtsgang. Hä? Was geht denn hier ab? Oh Gott, oh Gott. Emily hat irgendwie nicht so Lust. Hä? Ähm. Hallo? Komm ich hier wieder? Okay. Ich hab's geschafft. So. Und jetzt. Und zack. Oh. Und zack. Oh mein Gott, nochmal. Und. Das ist nicht wahr. Ey, was machst du denn hier, du Stinker? Ey, was geht ab, ey? Hä? Aber wie soll man das denn schaffen hier? Ach so. Moment mal. Ich weiß wie. Okay. So. Und. Oh. Und. Ja. Haha. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Let's go. Wow, das war wirklich richtig, richtig schwierig. Hä? Wow. Wie soll man denn bitte so weit springen? Ja, dann, ähm, streng mal ein bisschen deine Füßchen an. Ja, das mach ich doch die ganze Zeit. Aber irgendwie, man kann doch nicht so weit springen. Hä? Wie hast du's gemacht, Emily? Hä? Freunde, ich bin einfach gesprungen. Ihr habt's gesehen. Mehr hab ich da wirklich nicht gemacht, Lamy. Hm. Also lässt du mich einfach so gewinnen? Du cheatsest einfach, Mann. Ich cheate? Freunde, ihr seht's ja gerade. Ich cheate nicht. Ich mache gar nichts. Ich hab hier nur... Mein Spaß. Okay, muss ich hier hoch? Oh. Oh. Hä? Ah. Oh. Oh, Mann. Manchmal bin ich so verwirrt, was jetzt abgeht. Manchmal? Ich bin die ganze Zeit verwirrt, Mann. Ich checke hier nur Bahnhof. Hä? Ist das lustig, wie schlecht du bist und wie gut ich gerade bin? Ja, ja, ja. So. Wollen wir mal... Oh. Oh Gott. Weiter. So. Zack. Und Lamy, ich bin gleich schon bei Level 3. Was? Moment mal. Ich bin gerade mal bei 24, Mann. Oha. Hängst du immer noch da fest? Äh. Warte mal. Nee, du bist schon weitergekommen. Hehe. Okay. Also hast du es mit springen geschafft oder hast du dir irgendwas gecheatet? Na klar. Nein, ich hab mir nichts gecheatet wie du, Mann. Hä? Was soll ich mir denn cheaten? Jetzt sei mal ehrlich. Keine Ahnung. Ein bisschen Schminke und sowas. Schminke? Hä? Ja, du weißt doch, ich schminke mich nicht. Und was sollte mir Schminke bringen? Lamy, du redest irgendwie in Schreibschrift. Ja. Was? Der Döner? Äh. Was? Sushi? Nein, nein, nein. Döner ist besser als Sushi. Hallo? Oh, so. Warte. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Easy peasy lemon squeezy. Und ich bin bei Stage 32. Äh. Was soll man hier jetzt machen? Okay. Einfach gehen. Keine Ahnung. Easy. Was soll man machen? Die Hose ausziehen und lachen. Hehe. Ähm. Okay, Lamy. Hä? Ähm. Hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ist egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Level 33. Let's go, Lamy. Weißt du, wo ich bin? Hä? Wo denn? Ich bin doch so weit hinten, Mann. Oh. Lamy. Sei mal ehrlich. Was hast du? Ich wie Kopfschi. Das war's für dir. Hä? Aber wie hast du das gemacht? Tja, ich hab mich einfach beeilt. Nicht so wie du. Nein, das glaub ich nicht. Du hast jetzt gecheatet. Sei ehrlich. Auf gar keinen Fall. Du wirst jetzt sehen. Und du wirst mich jetzt auf jeden Fall nicht überholen können. Oh, Freunde. Ich dachte wirklich, ich hol das Ding hier. So. Manu. Das wird dann wohl auch nichts. Toll. Danke, Lamy. Du hast hier einen Traum von mir zerstört. Äh. Toll. Jetzt müssen wir noch den richtigen Weg finden. Ja. Geh doch einfach mal. Ich geh durch blau. Oh. Blau war falsch. Okay, dann ist es pink und? Es war rot. Achso. Nein, es ist pink. Oh, Mann. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt ist es grün. Okay. Okay. Let's go. gemacht haben. Das gegessen oder so. Ja. Hä? Und was soll man hier machen? Döner. Konzentration, Emily. Konzentration, Emily. Hallo? Hallo? Oh, Mann ey. Das kann doch nicht sein. So. Aber ich habe es geschafft. So, den kleinen Lamy hinterher. Za. Aha. Tolle, tolle, tolle Wurst. Hä? Komm. Also, so runter ist das ja mega schwer. Oha. Lamy. Nein, das hat nicht funktioniert. So, Freunde, wir haben es geschafft. Let's go. Und toll. Jetzt müssen wir warten und Lamy kann ganz in Ruhe. Chobis. Chobis. Oh, Gott. Nein. Nein. Freunde, das war ein Versuch jetzt. Versuchen wir es nochmal? Nein. Nein, nein. Emily, ich bin bei Stage 42. Oh, mein Gott, Freunde. Okay, Lamy, wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine Minute auf Emily warten. Eine Minute, oha. Weißt du, wie lange ich brauche? Eine Minute ist gar nichts. Ja, okay. Ab jetzt läuft die Minute. Okay, dann zähl mal, Lamy. Eins. Okay, so. Oha. Warum mache ich sowas? Bin ich eigentlich komplett blöd? Ja. Oh, Mann, ey. Okay. Schlecht Idee. Lamy, kannst du nicht bitte zwei Minuten warten? Nein, nein, nein. 20 Sekunden sind schon um, Emily. Okay, dann geht's jetzt weiter. Oh, mein Gott, Emily. So. Und. Ja. Let's go. Okay. Lamy. Eine halbe Minute hast du noch. Oh, mein Gott. Warte mal. Was ist der Weg? Oh. Äh. Oh. Äh. Und. Ja. Nein. Du wusstest das. Ja, klar wusste ich das. Okay, also. Äh. Pink. Rot. Und. Grün. Und. Und deine Minute ist vorbei. Oh, Mann. Und er nimmt sich jetzt direkt das Ding. Toll. Und ich darf jetzt warten, oder was? Ja. Tolle Wurst. Das darfst du. Wie lange muss ich jetzt hier warten? Okay. Okay, okay. Und. Zack. Let's go. Warte mal. Wo muss man hin? Leute, wo geht's denn jetzt hin? Du musst nach unten gehen. Oh, Mann. Du bist so, so lustig, Lamy. Unten geht's ja viel Döner. Okay. Da hinten ist der kleine Stinker. So. Zack. Hä? Was geht mit mir ab? Oh. Wow. Wow. Okay, Freunde. Stage 45. Das bedeutet, nur noch fünf Stages. Und was warst du da, Lamy? Ich hab keine Ahnung, wo man langen muss. Ach so, da. Ah, danke schön. So. Ah. Alles wegen dir. Du hast so sehr gestunken, dass ich einfach mal runtergefallen bin, Lamy. Tja, ich bin schon bei Stage 48 und du, du Stinkepups. Oh. Ich bin bei Stage 47. Lamy, wenn ich zu wär, würde ich jetzt warten. Eine Minute lang. Auf gar keinen Fall, Emily. Okay, ein Versuch, was wer hat. Hä? Oh, oh. Wo bist du? Hä? Das ist echt gar nicht mal so einfach, Emily. Ah. Okay. Das ist echt richtig schwierig. Also, man muss hier richtig so fein arbeiten. Moment mal. Hier gibt's einen Trick 17. Oh. Doch nicht. Ja. Toll. Und ich bin weiter. Und ich bin jetzt Lamy. Hä? Lamy. Warte mal. Lamy. Lamy. Nein. Ich hab gewonnen, ne? Nein, warte mal. Ich hab gewonnen. Wisst ihr was? Einfach, weil ich Lust habe, mag ich jetzt noch die Stage 51. Oh, ich hab einen Doppelsprung einfach gemacht. So, traust du dich das auch, Stinke Lamy? Hä? Oh mein Gott, war das blöd. Okay, wo bist du, Stinke? Ich bin nach unten gefallen. Und wo bist du jetzt? Hier. Ah. Okay. Aber Freunde, falls euch dieses coole Roblox-Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss.